heute wird die kanzelle abgeholt endlich auf in die schule und schubs schon wieder abends und heute habe ich nicht viel gemacht außer ein bisschen gelesen im internet geschnitten habe habe ich gar nicht heute ich habe nur gelernt gelesen gelernt recherchiert über kunst ein bisschen da hatten wir mit allen fingern schreiben auch mit den daumen okay jetzt die fingerscheine fingerübung test da stand da 11j und dann wegen da nur alles weiß steht und nicht so etwas rotes steht da muss man die zahl drücken wenn die noch weiß sind muss man lehrtaste drücken weil da fehlt da ist noch so eine lücke dann halt frei und dann bin ich auch fünftem test drauf gekommen aber es war sehr schwer das so zu drücken man sollte ja ohne hinzugucken drücken aber manche leute könnte einfach so weil sie es ja gelernt haben genau aber die mussten es auch lernen man kann nicht von anfangen aber was richtig toll war man sieht ja da vorne auch noch eine tastatur auf diesem bildschirm dann gucke ich so also vorne wo ich bin da ist anscheinend dieses ding ja jetzt werden sie schon in der schule nicht maschinen schreiben sondern computer so was mit dir ist jetzt endlich mal aus kaputt zwei jahren oder so vor zwei jahren habe ich hier so ein wacom tablet so ein sketchpad gekauft aber so ein richtiges professionelles halt das hatten wir schon mal wir hatten jetzt schon mal 24 hd in ganz groß und das war aber zu groß das war einfach zu groß hat so viel platz weg genommen und das habe ich dann wieder verkauft aber dann habe ich jetzt so eine kleinere version handlichere version geholt und jetzt heute zum ersten mal aus ich bin ja fast glücklich deswegen habe ich ein bisschen kindertag und kümmern mich um die kleine ein bisschen essen gemacht dann so gut und die hat zur bande dies aber nicht aufessen will warum auch immer keine ausreden dann würde man sagen gerade kein blog hoch weil das ist viel zu kurz der quatsch da nicht zusammen gekommen und da sehen wir uns einfach morgen ja wir sehen uns gleich in der nächsten aufnahme morgen wieder und luki und co gehen jetzt ins bett heute ist freitag heute noch mal früh ins bett und morgen dann kann so ein bisschen länger bocht bleiben ist ja wochenende schade dass du eine weiße kamera hast der akku könnte kann ich gar nicht sind die kappe diverse die akkus ja neu ich meine könnte das ja die die höhlen kannst du ich nicht das kubel die ersten alle brotbrötchen mit butter ja das kann ich aufteilen das mit butter aber ich liebe es mehr mit leberwurst ich liebe es mehr mit leberwurst aber das ist unglaublich ich habe ja die lampen hier gerade neue gemacht und die hebt schon wieder spinnen weben dran da ist jeder wie kann denn nicht sein zwei wochen waren wir weg und die spinnen denken wohl wir kommen die wieder oder so fakt ist ich habe hier ein paar rahmen direkt jetzt alle verkaufen alle mal anbieten die fotografiert schnell und dann bitte ich sie mal im angesehen reichte reicht auf alle fälle jetzt waren jetzt noch zu tun jetzt rufig die firma und suche ich eine firma aus wegen rolltoren die bsr im keller nicht abschließt frühs wurden die tonnen abgeholt und abends war die tür immer noch offen ich kriege ich mal so ein schreck und denke mal ich bin jetzt herz in die hose also wirklich weil da ist mein herzen zeug unten da ist von allen anderen mietern der zeug unten und die schließen die tür nicht wieder ab das geht nicht das geht nicht das muss aufhören wenn er zeigt überlegt man könnte ein rolltor einbauen eine automatische rolltour die dem luft ja und sozusagen also kriegen die schlüsselkarte hat daran geht das ding auf und dann ist es gut und dann bleibt er zehn minuten offen und dann ist automatisch wieder zu so dafür muss ich mir jetzt ein kostenvoranschlag holen da muss natürlich die bsr bezahlen weil die kann ich in reihe diese scheiß diese tür einfach abzuschließen so sind die schichter um nur die tür wieder abschließend deswegen wollten wir jetzt den kostenvoranschlag und werde dann einen sehr freundlichen brief an die bsr schicken mit diesem vorschlag jetzt wieder einfach nur tür abschließen jedes mal und zwar jedes mal alles die kosten und die tragen diese diese außentür kann ich nicht verändern das wäre auch einfach könnte man ja auch machen mit so einem elektro einfach nur die tür selber irgendwie so so weit wie so ein kartenschloss oder so ein bahn aber das funktioniert nicht weil die die tür muss so bleiben wie sie ist denkmal schutz und so und deswegen suche ich jetzt eine firma für rolltour in berlin wird die anrufen und sagen komm vorbei kostenvoranschlag der platz ist da dafür dann schauen wir mal ja schau mal glück und franke in berlin mensch da fahr ich doch direkt persönlich hin weil wir sind nämlich auf dem weg jeden morgen fahr ich bei glück und franke vorbei und jetzt werde ich da mal hin fahren das mache ich persönlich und werde ein paar fotos gleich machen von dieser begebenheit wie sie da unten ist und wert mal anfragen ob meiner vorbeikommen kann kostenvoranschlag technisch und dann schauen wir mal so termin haben wir auf alle fälle und du was sagst du dazu haben 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 mal sehen wir die bsr sagt die sagt natürlich nein machen wir nicht ja was war ich auf dem geburtstag eingeladen heute heute ist sonntag gestern waren wir auf dem geburtstag heute ist geburtstag geburtstag immer wieder geburtstag da kann man nicht filmen da kommt kein material zusammen deswegen auch nichts zu sehen für euch und ich warte auf das nächste interessante was ich euch präsentieren kann und es passiert nichts was ich euch zeigen kann irgendwie in meinem langweiligen leben ich sitze am computer kümmer mich recherchiere mache tour aber da bräuchte ich euch nicht zeigen passiert zurzeit wirklich nichts aufregendes und deswegen seid nicht sauer ja also wenn irgendetwas ist melde mich sofort jetzt auf alle fälle kinder schnappen und los so jetzt machen wir erstmal zur schule und naja jay montag und wir schauen mal ob heute abgeschlossen ist der müll war abgeschlossen war abgeschlossen guten tag liebe leute also ich bin im büro und heute ist der erste tag an dem ich wahrscheinlich so ein bisschen ernsthafter im büro hier auch arbeiten werde und zwar jetzt darum ein bisschen den schreibtisch ich muss ja diese ganzen dinge die sich das ganze jahr über hier angesammelt haben beziehungsweise die wir von drüben nochmal aussortiert haben die musik fotografieren und auch versuchen zu verkaufen wir brauchen ein bisschen geld platz zum ausstellen hinlegen war eh nicht und ich habe wahnsinnig viele sachen kunst blätter und ich habe ja die ganze garage noch voll aber wir haben ja kein platz um irgendwas irgendwie großartig hinzuhängen zu präsentieren wir haben halt drüben nur zwei zimmer die zwei zimmer sind für die kinder und wir wurden mehr oder weniger in der küche und in diesen in diesem langen flur da habe ich so ein bisschen mein zeug stehen und das ist ja echt viel hoch und unser ehemaliges wohnzimmer ist jetzt aufgeteilt worden denn hier in diesem raum und in dem und in der garage ist halt eingelagerten haufen kunst von mir und das werde ich jetzt alle fotografieren manche katalogisieren manches versuchen gleich zu verkaufen oder so was wirklich nicht mehr haben möchte oder oder später auch mal wenn man jetzt doch mal eine größere wohnung finden irgendwie das was da irgendwie uns hinstellen oder so zum beispiel hier diesen teller die werde ich mir nicht hinhängen also ein kpm teller die sind gestaltet von dem künstler helmut dippmann und stamm aus einem nachlass direkt dann habe ich eben so ein paar stück ich glaube das sind sechs stück oder so was ich habe 1 2 3 4 5 6 7 8 er hat viel gemalt grafisch wie man ja sieht und selten dass er mal auf teller gemalt hat wenn sie sagt das waren ja auch die sind ja auch aus seinem nachlass diesen direkt sprich direkt aus seiner aus aus seinem persönlichen besitz die hat aber wahrscheinlich gar nicht mal für den verkauf oder sowas gemacht ja sowas hat er dann für sich gemacht und hat sich das hingehangen wir gehen dann bei ihm in der wohnung die habe ich halt irgendwann gekauft und jetzt stehen sie halt hier rum und machen mir den tisch voll und der tisch muss leer werden und ich werde mal einfach versuchen die zu verkaufen dafür werden sie jetzt fotografiert dann guck mal ob da jemand interesse daran hat oder so toll sind zu schauen und wenn nicht dann bleiben sagt hätte es ja auch nicht so schlimm also ich bin ja nicht so ich wusste ja nicht verkaufen oder so das ist mir alles nicht ganz so wichtig aus dem nachlass helmut also ich weiß nicht dass da steht jetzt nicht mehr ganz helmut dippmann drauf aber ich weiß natürlich dass es von ihm ist fakt ist ich werde es jetzt erstmal katalogisieren also auf schreiben was was ist fotografieren katalogisieren und wenn es halt nur für die versicherung kaputt geht oder verloren geht oder was auch immer also was kannst du natürlich nicht weiterverkaufen wenn du sowas glaubst das ist ja schwachsinn du kannst es nicht weiterverkaufen es ist einmalig es ist einfach einmal gemacht worden und es ist nicht kopierbar oder so es ist nicht möglich dass sowas ein zweites mal existiert also sowas ist schon sehr speziell gerade die arbeiten von ihm das ist ja keine lithographie oder irgendwas das sind halt handarbeiten und kunstdiebstahl lohnt sich eben überhaupt mal gar nicht hier ist sogar noch eine nummer drauf deswegen ja und diese teller diese arbeiten hier von ihm der wert davon das ist halt auch immer so eine sache von wegen versicherungswert und tatsächlicher wert das ist halt immer so ein zwiegespalten ich bin froh wenn ich so ehrlich gesagt los bin wenn sie weg sind weil sie sind halt auch empfindlich schön dass er auf kpm gemalt hat oh da steht es nochmal sehr gut ist aber auch bei der Handschrift fast schon der teller ist ja von hinten fast schon interessanter als von vorne hier ist ein kleiner chip hier oben dran die anderen waren alle ungestoßen sehr farbenfroh also wirklich wenn man sich die so wirklich gut hin hängt gut kombiniert hin hängt das sind auch tolle stücke durchaus machbar denkbar den chip haben wir hier wird alles fotografiert also nicht nur hier wie schön der teller ist sondern auch wie kaputt der teller ist und jetzt mal lieb den schlück den finde ich persönlich wirklich am schönsten ja manche werden sich jetzt vielleicht fragen von euch ja essen den los wie kann der sowas gut finden den finde ich wirklich am schönsten den teller der hat absolut was der zusammenspiel ist schon krass extrem als wenn sie als wenn rot gegen schwarz krieg führt das so richtig aggressiv ok dann schreibe ich mir mal ein blatt papier und dann schreibe ich mal auf was das ist dann sind die schon mal weg aber die seite vom tisch eigentlich frei und dann geht es weiter hier mit ja mit den nächsten dingen als nächstes geht es jetzt um kleinigkeiten ja jetzt hier noch zum beispiel habe ich hier so einen kleinen bmw patch oder so aber es ist ein originaler es ist ein alter und so finde ich in den schubladen wenn ich immer meine schubladen da durchsortiere und dann habe ich irgendwann mal was wie sich möglich von den gekauft haben und dann schmeiße ich das denke ich mir immer ach mensch das lässt du nicht bei den posten trödeln mit drin oder so den er dann irgendwie weiter verklappst für ganz billig die kiste für einen 5er oder die kiste für einen 10er sondern nimmst du raus packst in der ecke und so habe ich in meinen schubladen da habe ich manche schubladen voll immer wenn die voll sind wenn die dann aussortiert dann kommt das in der kiste in so einen kleinen schuhkarton oder irgendwas und kommt dann in der garage und dann nehme ich ab und zu mir mal so eine kiste vor und dann habe ich eben so was drin und so was hier den werde ich dann fotografieren einstellen und dann gibt es 100% irgendeinen bmw-fan der das ding kauft für 25 euro wenn nicht sogar mehr m power das ist ja ne 25 30 25 bringt er auf alle fälle und warum soll man so was in der kiste drin lassen wo die ganze kiste die ganze kiste voll für einen 10er ich gebe es aber so trödeln also das ist das macht man natürlich nicht und gerade bmw bmw gibt es so viele fans und so ja ich schreibe mir auch auf nächste ding ist ein bmw patch und dann kommt er zu den appen zack bumm weg also sagt er zu den appen dann kommt er in so eine kleine folie die hole ich mir jetzt gleich hier raus da kommt er dann rein der ist sauber der ist nicht verschmutzt das ist ganz wichtig ja und dann wird er hoffentlich verkauft in den nächsten tagen ja auch so ne sache tücher mit zeit lang habe ich malis immer tücher gekauft aber wenn ich irgendwo gesehen habe schöne tücher oder ich empfand sie als schön habe ich sie mitgenommen für malis so es ist aber so malis trägt gar keine tücher tüchermode ist auch ein bisschen her ist ein bisschen altbacken altmodisch quasi möchte sie gar nicht haben jetzt halt die ganzen tücher an der backe jetzt werden sie verkauft paloma picasso wenn ich jetzt hier versuche irgendwie zu drapieren so dass man es ja dass man es anbieten kann und ja sie sind hier sind doch einige bei die sind also den großen unterschied kann man schon mal sagen maschinell der rand wenn er maschinell gemacht ist dann ist es nicht so viel wert als wenn es handrolliert ist zum beispiel ja handrolliert heißt dann immer das mit der hand umgeschlagen und um der rand umgeschlagen wird kreier st gall schweiz met in switzerland sogar mit original umschlag noch noch nie noch nie auseinander gefaltet gewesen wahrscheinlich sogar so und die paloma picasso so sehr schön und sie nehmen ganz wenig platz weg die kommen dann eben auch in so eine folie das ist jetzt nichts hier so tuch wo man sagt dafür kriege ich 100 euro 150 dass sich das lohnt ne für einen so ein tuch das ist ja kein hermes oder so Hermes es ist eben keine marken keine markentücher sind das ne aber was kann man andernfalls damit machen man kann es nur wegwerfen und warum sollte ich das wegwerfen ja deswegen versuche ich das natürlich zu verkaufen weiter jetzt eine postkarte kurd eisner da habe ich schon diverse postkarten verkauft von ich habe eine ganze menge gehabt von diesen originalen ungelaufen makellos das ist meine letzte die werde ich jetzt auch noch verkaufen dazu muss sie abgelichtet werden wie alles alles muss fotografiert werden von kurd eisner gibt es fans reichlich und leute die es interessiert die sowas sammeln deswegen stelle ich diese postkarte einzelne jetzt gibt es wieder einen kleinen posten kunst und zwar haben wir hier ich teile das ein bisschen auf bei dem kleiner posten karikaturen den werde ich nicht verkaufen das passt ja natürlich das ist ein traum das ding das passt natürlich zum fahrradladen absolut den werde ich nicht verkaufen aber den kleinen posten karikaturen den werde ich verkaufen und zwar sind das alles ganz frühe zeichnungen von Werner Kruse wer Werner Kruse nicht kennt 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 ihn vielleicht besser unter dem unter seinem Pseudonym Robinson er ist Berliner Karikaturist gewesen und ja also das sind hier ganz frühe zeichnungen von ihm aus seiner Studienzeit seine Studienkollegen offensichtlich ja gut dargestellt hier die gesamte klasse wird er karikiert haben und wahrscheinlich zum zwecke einer Abschluss Abschiedszeitung wie sagt man Schulabschlusszeitung auch die Lehrer mussten dran glauben hier wie man sieht ist schon toll also Lehrer und Schüler sind hier korrigiert sind natürlich nicht signiert aus der Zeit die Sachen aber da ich einen sehr umfangreichen Posten gekauft habe weiß ich halt dass die Sachen von ihm sind also es waren auch andere Dinge dabei wie zum Beispiel dann die Arbeiten die er später für die Sportzeit für eine Sportzeitschrift gemacht hat zum Beispiel dieses hier mit dem Badfahrer das wurde dann da steht dann drauf hier 36 Millimeter weit sollte denn das werden als Karikatur in einer wie hieß denn die Sportbild hieß die nicht sondern Sportaktuell irgendwie so ich weiß gar nicht mehr als 50er Jahre und ja und da ist das typische R für Robinson Werner Kruse so dann schauen wir mal wie viel kriegen wir denn da zusammen ja das ist es wie viel haben wir jetzt wird es durchgezählt einfach das wird fotografiert durchgezählt 27 Zeichnungen wir haben es ja Abendsport wie hieß das Abendsport da unten steht es ne hier sehen wir es auch Lehrerschaft gegen 8b ne ok was haben wir denn jetzt hier noch achso da haben wir einen großen Posten ja ja ich hab ja einen riesigen Posten Malbücher gekauft aber es ist eben ein riesiger Posten wie soll ich denn das hier präsentieren und anbieten später das kommt zu später joa liebe Leute das war eigentlich jetzt ein kurzer Einblick mal hier von dem wie es hier so läuft wie ich das hier so mache und warum das alles nur sehr langsam vorangeht weil ich halt einen Haufen Papier habe einen Haufen Zeichnungen und so und weil ich dann merke dann hier dieser kleine dieser kleine Stapel hier der bedarf jetzt schon den Rest des Tages zum Einstellen und Recherchieren und äh etc und dann Fotos sind gemacht und ich meine davon habe ich ja hier das ist alles voll das ist voll und drüben sind noch Kisten Tausende Zeichnungen und 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 Ja so ist das eben Na denn leg mal rüber und stell den Quack ein Hallo na Yay Okay also So what we have here Acht Teller gemalt Helmut Dittmann Tata 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 Tawana 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 Das ist so süß Mann 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 Furchtbar ist das was Ja Acht Teller gemalt Ja Helmut Dittmann Ja Ich freu mich auch Was sagst du dazu? Ich freu dich Ich gebe mal ein Helmut Ditt Mann Und dann haben wir hier Helmut Dittmann 1931 bis 2000 Farbabstufung Rot Geld Blau von 1986 für 500 Euro Ist das für uns? Nein Tja Jungs Ihr könnt es mir glauben oder nicht Es ist 19.06 Uhr und ich bin jetzt gerade erst fertig geworden mit dem Einstellen von den Sachen Das Problem ist nicht das Einstellen selber sondern die Recherche dazu dass du ja immer nochmal guckst schaust hier und da und dort ähm was ist es genau von wann bis wann hat er gelebt und dann habe ich natürlich auch noch selber ein Problem damit äh ich finde ja vieles auch sehr interessant und verlese mich dann also ich verzettel mich quasi in dem Lesen also schau ich mir dann noch die ganze Lebensgeschichte an und kommst von einem Artikel auf den nächsten Artikel und so äh ist natürlich immer sehr äh total informativ dadurch lernt man ja unheimlich viel auch aber nicht effektiv effektiv wäre einfach Infobob aus weg und fertig das war kann ich nicht nicht mein Ding ja gut jetzt geht's hochladen schneiden und schau mal was ihr dazu sagt ob man das interessiert überhaupt nicht hier in den ganzen ebay kack und auktion und hier und da und kunst interessiert uns nicht wir wollen Fahrräder sehen ja Jungs es gibt keine Räder im Moment ihr bei mir gibt's keine Räder das ist mein Leben im Winter ihr habt eben anderen Tobak ganz einfach ihr könnt euch ja schon mal drauf freuen am Mittwoch werde ich mit Dennis zusammen arbeiten fahren wieder dann gibt's wieder ein Video aus dem Wald sozusagen aus dem Busch so es ist alles so ein bisschen gemixt aber ist ja gut kein langweiliges Leben nicht jeden Tag dasselbe im Sommer haben wir ja jeden Tag dasselbe quasi ja aber so im Winter wechselt es ein bisschen das finde ich gut das brauche ich auch für mich selber ich brauche es einfach macht es gut bis dann tschau sagte Tommi